Winterschlaf kennt unser Gesetzgeber nicht. So gibt es auch jetzt zum 01.01.2022 wieder einiges an neuen Regelungen, die mit der Warenkaufrichtlinie umgesetzt werden sollen. Für viele Händler sowohl online als auch offline, egal ob im B2B oder im B2C Bereich, ändert sich einiges und es sind von ihrer Seite einige Anpassungen sowohl in den AGB als auch auf ihrer Webseite erforderlich, um nicht ab dem 01.01.2022 in die Gefahr einer Abmahnung durch Mitbewerber oder sonstige Verbraucherverbände etc. zu rutschen. Besuchen Sie jetzt unseren dreiteiligen Videoblog, in dem wir auf die wesentlichen Änderungen der Warenkaufrichtlinie eingehen werden und darstellen werden, wie diese ins deutsche Gesetz umgesetzt werden. Am Ende eines jeden Videos werden wir auch darauf eingehen, was Sie aktiv tun können, sei es in den AGB oder auf Ihrer Webseite, um für die Änderungen möglichst gut gerüstet zu sein. Schalten Sie ein!